Willkommen zurück zu Liars of Here mit dem Kapitel Zeugnis. Los geht's. Sehr schön. Draußen regnet. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Versuch und Irrtum. Und das zu. Hier haben wir einen Weg. Und da hinten war noch eine Tür. Na komm, gehen wir erstmal hier lang. Hm, ist auch geil. Das zu. Also, gehen wir hier lang. Ah, scheiß Glas, ey. Da ist nichts drin. Boah, was denn hier passiert? Irgendwelche Dokumente hier. Äh, Öppel. Eimer. Nichts interessant. Naja, nehmen wir mal weiter. Boah, Alter, diese Glas, ey. Boah, Alter, diese Glas, ey. Na, ist ja geil. Na, ist ja geil. Okay, sagt mir jetzt nichts. Okay, sagt mir jetzt nichts. Na, wo kommt denn die Tür? Ja, wo kommt denn die Tür? Na, wo kommt denn das rein? Oh, was denn? Oh, ist das? Oh, das war das! Also, wir haben dich in so einer Teil des Flughafters des Flughaals. Oh, das war. Alter, meine Ohren, ey. Alter, halt schon nur diese blöde Bitch, alter. Oh Gott, ey. Oh, verpiss dich, alter. Boah, äh, äh. Ja, vat, geil. Boah, wo sind wir denn jetzt hier landet, ey? Das ist da. Hm. Ich glaube, mal hier drin ist. was steht da zeigt er nicht an fenster zugehörigen ach du scheiße was ist denn hier passiert jeder fehler eine fall eine fallgrube was ist das weiter weiter was mache ich hier Oh, wo bin ich denn jetzt hier? Okay, wir haben einen Hebel. WTF, ey? Oh, was ist das, ey? Oh, fuck. Oh, scheiße, wo bin ich denn jetzt hier landet? Oh, holy shit, ey. Alter, ey, wo bin ich denn jetzt hier? Alter, ey, ich hab hier gar kein Durchflück mehr, ey. Boah, ey. Wenn Asche sollst du ernten. Nein. Ist das sie? Oh, Gott. Kann sie uns hören? Das ist alles fixabel, oder? Nein. Nein. Du verstehst nicht. Ihr Gesicht. Ihr Hände. Ich... Sie wird sich devastiert. Aber was hat... Was hat mit dem Zeug... Zeugnis zu tun? Kannst du überhaupt noch malen? Pfff... Wahrscheinlich nicht, ne? Ich hab keine Ahnung, was das ist. Was? Äh. Äh. dann mal das ist auch nicht in der Nähe Ey, passt doch gar nicht, Laias? Nee. Boah, ich hab keine Ahnung, ey. Sehr geehrter Herr, meine Ehefrau, wäre davon begeistert, auf ihre Hochzeit zu spielen. Bitte rufen Sie uns heute Abend an, damit wir die Details vereinbaren können. Unsere Nummer lautet 363 853, ist ja vorbei, wieder von Ihnen zu hören. Warte mal, 663... Boah, scha... Keine Ahnung, ey. Boah... Das für ein Zeug, ey. November, ich glaube, ich sollte glücklich sein. Warum bin ich nicht glücklich? Ich habe eine wunderschöne Tochter, ich finde sie ist... Ich finde sie ist es. Ich weiß, dass sie es ist, also warum kann ich sie nicht anschauen, ohne mich schlecht zu fühlen. Ich hatte einen liebevollen Ehemann. Wundervoll, sensibel, jetzt sehe ich nur noch einen seltsamen Mann, der sich nur um seine Bilder schert. Als ob sie überhaupt von Bedeutung wären, ist es alles so sinnlos, die Musik heißt. Die tut es nicht mehr. Wundervoll, ich bin so ein Geist. To think that someone like me could ever compete with you. In all your sublime beauty. Everlasting. Immortal. Hm, schöne Heizkette. Stimmt von der Ehefrau. Komm mal hier durch, ja. 2. Oktober, mein Herz. Ich wünschte, ich könnte machen, was alle Mütter machen und dir sagen, dass es keine Monster gibt, aber das wäre nicht die Wahrheit. Das Reen kann Dinge von außerordentlicher Schönheit schaffen, doch es kann sie auch zu abscheulichen Wesen verzehren. Selbstsüchtig, gewalttätig, grottiges, monströs, es schmerzt mich, dir so sagen zu müssen, dass dein Vater zu so ein Ungeheuer geworden ist. Und ich befürchte, dass die Krankheit, die seinem Geist befiel, nun auch mich in Beschlag genommen hat. Es ekelt mich an, daran zu denken, was wir dir zugemutet haben. Es gibt keine Entschuldigung dafür, ich weiß, dass ich kein Recht darauf habe, doch ich bitte dich inständig darum, bitte versuche uns beiden zu verzeihen. Ich verabscheue, was aus deinem Vater geworden ist. Doch gleichzeitig liebe und bedauere ich ihn. Ich kann nur hoffen, dass du in deinem Herzen das Gleiche für ihn verspürst, wie er auch für mich. Ich wünsche mir, ich könnte dich zu einem starken, wunderschönen Frau aufblühen sehen. Ich wünsche dir, dass ich für dich da sein könnte, doch ich kann es nicht. Dies ist der einzige Ausweg. Hört sich an wie so ein Selbstmordbrief. Das war bestimmt mal hier schlafen, weil jetzt hier alles rumliegt. Gehen wir mal weiter. Schön, Rollstuhl. Ach, guck mal an. Das ist ja geil. Schieben wir mal jetzt hier den fast aussehenden Rollstuhl hier durch die Gegend. Oh, es wird schnell. Na, jetzt geht es nicht mehr weiter. Nee, es geht nicht mehr weiter. Shit. Na, hier haben wir noch so einen ungeziefer Wuchs, Krebs des Hauses, fauliger Gestank. Oh Gott, die Geräusche. Die Geräusche. Oh, das Messer kann ich nicht mehr. Blutiges Messer. Oh, geil. Ach du Scheiße. Jetzt sind wir hier unter Wasser. Das könnte seine Frau sein. Nehmen wir stark an. Eine schöne Melodie. Da ist ein Kind mit einem Klavier. Was spielt gerade? Boah. Okay. Tauchen wir nochmal ein. Boah. Krisenpuppen. Oh, hier ist ja der Raum auch voll mit. Wasser hier. Ja. Keine Ahnung was passiert. Ja. 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 Oh, ist ja geil, ja. Geig mal, unten sieht das so aus. Und oben so. Geil. Ja. Das ist ja ekelhaft, ey. Ach, du verfickte Scheiße hier, ey. Haben wir einen Schip gefunden? Da ist noch ein Schip. Da ist noch ein Schip. Da ist noch ein Schip. Alter, hier mocht sich alle selbstständig. Alter, was ist hier los, ey? Was ist hier los, ey? Das macht sich alle selbstständig hier, oder wat? Bin ich hier in falschem Film, oder wat? Das ist ja nicht mehr normal, ey. Hier muss noch irgendwo wat... Irgendwo wat sein... Alter... Was ist ja denn jetzt los hier? Oh, da oben blinkt wat? Sehr schön, dankeschön. Boah, alter. Das ist ja nicht mehr normal, ey. Okay. 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 Musik hinterm Vorhang Gehen wir mal die Treppe hoch Und da liegt auch noch ein Chip Musik 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 Oh, jetzt ist aber gut hier, eh. Ist doch nicht mehr normal, ey. Bilder. Alter Scheiße, hier, ey. Wo kommt der Stapel her? Oh, wieder umdrehen, ey. Oh, wieder umdrehen, ey. Na, das hat sich so verändert. Ey, verändert sich alles, ey. Ich drehe es langsam am Rad, ey. Da komme ich nicht lang. Das ist ja. Alter, ist das aber hier gut, ey Ey, was sind das für ein Game, ey Ach, guck mal an Ja, das ist es! Oh, das ist schön Schön Perfekt Wie ich immer... Was ist das? Ich verstehe nicht Nein Stopp! Bitte! So close This time I almost had it Gah Boah, Linie auf Fühle Boah, Linie auf Fühle Wo war denn der kranke Scheiße? Ja, dann würde ich sagen Haben wir das Spiel erfolgreich durchgespielt, weil hier ist nämlich Ende Und ich sage schon mal danke fürs Zuschauen und ich denke mal wir sehen uns dann auf jeden Fall in der Erweiterung wieder von Liars of 4 Und ich würde sagen, sehen wir uns da wieder, also rot da rein Bis dann